Nächtlicher Einsatz für die Kontrollgruppe Autopauser. Es dauert nicht lange, da fallen den beiden Beamten zwei laute Sportwagen auf. Das könnte auch Rennen werden, ne? Also Achtung. Ein Auto erkennen sie sofort, anhand seines Nummernschildes. Ach, das ist Jesus von 187. 187 ist die Gruppe eines Hamburger Rappers, Jizzis. Er ist der Polizei bekannt, mehrfach vorbestraft. In einem Song, den er seinem Mercedes gewidmet hat, prallt er mit dessen lautem Motor. V8, das macht Krach in der Nacht. Das ist mein Auftritt heute Abend zu laut auf der Straße. Einst saß da und dank der Auspuffanlage. Die beiden Beamten stellen Jizzis. Obacht, ne? Der ist hochentzündlich, der Typ. Machen wir die Heule aus. Guten Tag, die Polizei. Ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugschein, Ausweis gesehen. Er soll Kamera ausmachen. Hurensohn. Hurensohn bist du. Sie sind her? Ja, tu dich, bin ich. Okay, nehmen Sie bitte deine Hände aus den Taschen. Okay, und gleich ein bisschen Abstand halten. Für solche Situationen ist die Kontrollgruppe Autopauser ausgebildet. Tobias Hensch und sein Team haben in den vergangenen vier Monaten fast 700 Autos überprüft. Okay, das reicht. Treten Sie bitte einmal kurz aufs Gas ordentlich. Alles klar. Jedes Vierte war illegal umgebaut. Dass es so viel ist, dass so viele Mittelschalldämpfer ausgebaut werden, Endschalldämpfer leergeräumt werden, das haben wir nicht erwartet. Das hat auch gezeigt, dass wir noch viel zu tun haben werden. Gleichzeitig mit Jizzis hat die Polizei ihn gestoppt. An seinem Auto fehlt der Mittelschalldämpfer, dazu dicke Felgen. Ja, ist einfach cool, ne? Also macht Spaß. Sieht schick aus, das Auto auch. Macht Spaß, ja. Aber viel zu laut. Wir werden das Fahrzeug jetzt einmal sicherstellen. Der Sportwagen wird abgeschleppt. Haben Sie aber Dokumente dazu? Bei Jizzis ergibt die Überprüfung, der Lärm ist gerade noch im Toleranzbereich. Er muss lediglich die Zulassung der Auspuffanlage nachweisen. Plötzlich freut er sich über die Kamera. Kommen wir zum Topper an hier. Guckt ihr das mal an hier. Das ist schön, ne? Das Auto darf er erst mal behalten. Okay. Tschüssi. Alles Gute.